Der Katamaran Lagialo ist kein gewöhnliches Segelschiff. Junge Menschen haben hier die Möglichkeit, ihre Grenzen zu testen, Stärken und Schwächen zu erkennen und zu sich selbst zu finden. Abenteuer ist wichtig, weil es dir die Gelegenheit gibt, deine Grenzen kennenzulernen und deine Grenzen zu erweitern. Über dich selber hinaus zu wachsen und erstmal in wirkliche Grenzsituationen zu kommen, die überhaupt nicht häufig gegeben sind in unserem normalen alltäglichen Leben. Neben dem Segeln und den sportlichen Aktivitäten wird auch gemeinsam gekocht und geputzt. Während den vier Wochen lernen die Jugendlichen nicht nur mit den anderen, sondern auch mit sich selbst umzugehen. Das Interessante an dem Projekt ist, dass man einfach auf einem Segelboot ist, man schippert über die Meere und man ist im Team zusammen, man arbeitet zusammen. Man hat eine mega coole Location einfach. Und dann noch ein Coaching zu kriegen von Leuten, die Ahnung haben, das ist einfach eigentlich das Perfekte, was so aufeinandertreffen kann. Neue Ideen, neue Horizonte, neue Freunde. Eine Reise auf der Lagialo ist in jeder Hinsicht die perfekte Möglichkeit, einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Können wir dich demnächst an Bord begrüßen? Können wir dich vom Frau